Oh, Küche. Ich liebe Küche. Solange es nicht die Messer sind, aber das ist Küche mit Säure unten. Ja, okay. Aber das Design mag ich gern. Ich hasse Küche. Ich kann nicht kochen. Das letzte Mal, als ich gekocht habe, hatten alle Durchfall. Ich liebe es zu kochen. Ui, ich muss mal kurz. Ich glaube, meine Aufnahme läuft schon. Kann man nicht gerade kochen. Ich bin nicht gut im Kochen. Tut mein italienisches Scherz richtig weh. Naja, du bist ja der Italiener, da kannst du ja für uns alle leckere Sachen kochen. So, Pizza und Nudeln. Ja, mehr können wir natürlich mit auch Pizza und Nudeln. Ja, mehr esst die Italiener da auch nicht, ne? Risotto, Risotto noch. Risotto ist toll. Was ist das denn? Äh, Reispampe. Wollen wir anfangen? Ja, komm. Wollen wir früh, früh raus? Ja, dann sofort. Soll ich anmalen? Ja. So, seid ihr alle soweit? Äh, jetzt. Gut, dann. Hallo und herzlich willkommen zu Ben und Ed Budplug Party. Wieder dabei Vincent, Luca und Mira. Hi. Da erstmal applaudieren hier. Ja. Ja, es gibt wieder eine schöne Koop-Map. Und wir haben nur noch drei Maps. Also das sind jetzt hier nur noch drei Maps. More Kitchen Fun, Fun und Patora Tower. Patora Tower hatten wir doch schon. Ne, Patora Tower 3 gibt's noch. Ah, okay. Gut, dass es drei gibt. Ja, das ist dies richtig mies. Sind hier aber die Lustigen. Ja. Fangen wir an? Und dann haben wir ja noch ein paar Workshop-Maps. Ich hoffe, die laggen nicht. Das können wir ja dann auch immer vorher so ein bisschen testen vielleicht. Wenn doch, ihr müsst es ja anschauen. Eben. Naja, wir müssen es hier spielen, ne? Ach so, ist ja Koop, ne? Hä? Oh, da kann sich jemand hier. Jawoll. Okay, ich glaube, das reicht, das reicht, das reicht. Es reicht, es reicht, es reicht. Ja, wenn, ihr müsst ja satt werden, Kinder. Oh, das sind ja Messer. Wo müssen die eigentlich hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das sieht aus wie dieser eine Versace Map. Ja, die müssen ganz ans Ende. Das ist ganz eine? Echt? Die müssen ganz ans Ende. Soll ich dir mal ein bisschen helfen, Vincent? Ah ja. Ja. Geh dir mal zur Hand. Oh, wir müssen diesen Brocken. Ich komme zurück, ich komme zurück und helfe euch, damit das hier mal was wird, ne? Oh, jetzt bin ich abgerutscht vom Flesh. So. Das sieht irgendwie komisch aus. Vom Filet, vom schönsten Filet. Aber pass auf, rechts ist eine Klinge, ne? Also schön hier so. Wie sollen wir das da rüberkriegen? Runter und da ist, ähm, frei. Ah. Los, ihr Sklaven, schiebt mich. Ich bin auch drauf. Das ist mein Reich. Ich bin der König. Okay, das reicht. Du, kleiner Spaghetti-Fresser. Oh. Wow. Come on. Wen hat denn das jetzt hier gerade weggegeben? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wie sollen wir denn da rüberkriegen? Ach so. Ähm. Springen und Kopfwerfen, würde ich mal sagen. Ich glaube auch. Ups, vielleicht auch noch davorrennen. Juhu. Jawoll. Läuft. Was ist das? Was passiert da? Ich brauche noch kurz. Ich, äh, respawne einfach mal direkt. Ja, wir haben ja zum Glück unendlich Leben. Was fliegt denn da hoch? Ah, das. Das, okay. Ah, ich glaube, wir müssen aber wahrscheinlich, hier muss noch jemand mit mir auf die, auf die Doppelplattform. Auf dem Weg. Okay. Ah, ja. Nein! Ah, okay, super. Oh, ich hänge am, ich hänge am Griff. Cool. Okay, super. Und jetzt? Kommt da hier nochmal ein Fleischbröckchen raus? Ja. Oh Gott. Du hast mich mit Fleisch erschlagen. Auf Fleisch erschlagen, ja. Der Horrorjee des Veganers. Das ist echt. Vorwärts. Mach schneller. Von der Folgentitel. Von Fleisch auf Fleisch. Vorwärts. Ah, wo weiß ich nicht mehr? Mir bist du da an reingefallen. Willst du das Veganer? Der konnte sich das nicht mehr antunieren. Ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen mehr nach rechts. Achtung. Genau so ist gut. Wie? Gibt es hier? Okay, das war nicht cool. Sollte halt erstmal aufgehen, ne? Ja. Oh Gott, wo muss es sein? Es soll ja cool aussehen. Nein, mein Spiel ist abgestürzt. Nein, echt? Shani. Ja. Bist du bist im Spiel abgestürzt? Shani, du bist du? Shani? Ja. Hört ihr sie noch? Shani? Oh, scheiße. Halt's Maul. Hat Shani das Konnex? Es ist so ganz weggen. Oh. Ist Schleppstück. Aber die Ausnahme läuft noch, oder? Ich... Doch. Okay. Bin mir ziemlich sicher. So, vielleicht ein Drittel? Mö, ein Drittel. Sollen wir das Level Neustart? Ja, machen wir, oder? Ja. Okay. Och, dieses Spiel. Allein schon wegen den Bugs trägt das einen auf, ne? Die Parcours, das wäre ja in Ordnung. Aber die Bugs sind halt scheiße. Sollen wir dann nochmal von vorne anfangen, oder? Ja. Okay. Oh, das tut mir so leid, ey. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das kommt mich ja selber an. Ist gut, Shani. Ja, Shani, ist okay. Nein. Ah, okay. Dann starten wir also komplette Aufnahmen neu. Was? Hey! Ich hab dich gekickt. Okay, ich suche mir neue Freunde. Facebook, bin einsam, wer will mit mir spielen. Ich hab noch kaum merkwürdige Anfragen. Ja, so komische Frauen, ne? Die, die... Hast du nicht erzählt, Vincent, dass auf Facebook immer so komische Anfragen kommen? Ja. Alles gut, es ist ein Titten. Ich hab auch eine neue Note als Anfrage. Mhm. Ja, ich kann manchmal eine Puff eröffnen und voll cool. Und heute hat mich einer angeschrieben, wo ich nicht weiß, ob ich die kenne. Es kann sein, dass ich die kenne. Also ein paar aus dem Puff kennst du ja, Nora. Aber... Jetzt mal, welcher Chantal das ist, also. Ja, du kannst ruhig wieder reinkommen, Luca, ne? Nee. Ist vorbei hier. Gut. Der geht lieber wieder zu den Boltons. Ja. Die sind immer noch ehrlich. Ja, wie man sieht, warst du da ja schon. Ja, die sind voll ehrlich und voll aufrichtig und so. Also, ich stehe drauf. So. Läuft eure Aufnahme? Nö. Ich hab meine gar nicht gestoppt. Kannst du anfangen. Warte, 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 nein, noch nicht. Doch, fang einfach an. Okay. Also, hallo und herzlich. Warte, starten. Starten. So. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben und Ed, Buttplug Party. Mit dabei wieder Lübhäusen, Vincent und Märchen. Wow. So, und jetzt springen wir rein in ein ganz unbekanntes Level. Ja, vollkommen unbekannt. Ja. Haben wir noch nie gesehen. Noch nicht mal den Titel gelesen haben, war? Mhm. Ihr könnt lesen. Das ist das drittletzte Level. Ja, es ist nämlich bald vorbei. Ja. Springen wir rein. Um uns abzulenken davon, dass es... Abschützt. Ja. Oh Gott, ich sehe, die kommen gerade da hinten, da kommen noch, ähm... Ich will, ich will, ich will, ich will. Wiii. So. Oh nein! Oh, du wichst. Ich werde mich opfern. Wow. Oh, ist ein bisschen viel wieder. Oh, hier ist ich... Ach, geh schon. Zwei Blöcke ist ein bisschen schwer zu schieben. Ich will jeder seinen eigenen blöden Fleischbruch schicken. Wir teilen dich. Nein. Nein, meiner soll zuerst kommen, hier. Fleischstau. Der kommt jetzt hier runter. Nein! Das war meiner. Verhindern Sie Ihren Fleischstau mit Actimel. Uah, das klingt echt lecker. Actimel ist voll lecker. So, Sklaven, schieb nicht. Los. Aber das ist eigentlich nur ein gesüßter Joghurt-Trink, ne? Nein, das kannst du jetzt so nicht sagen. Ich glaube, da kommst du nicht mehr raus, oder? Hast du die Werbung nicht gesehen? Das aktiviert deine Abwehrkräfte. Ja, meine Abwehrkräfte sind toll. Die haben immer Abenteuer in meinem Körper. Achtung, Achtung, fängt gleich runter. Fängt gleich runter, eigentlich. Oh, ja, warte. Hey, Sklaven. Achtung, nicht aufs Feuer. Ey, ach, dann gehe ich halt weg hier. Ihr könnt mich mal. Ja, Winzen kann es schon alleine schieben. Nee, kann er nicht, weil er hier an der Kante festhängt. Hey, was habe ich hier für unfähige Sklaven? Rebellion. Oh, wir rebellieren gehen. Ah, nee, die will ich auch nicht. Unter. Da. Jetzt gibt es einen König. Nein. So, bleib unten. Alter, wie lange dauert es denn jetzt noch hier? Kommt schon. Wir haben nur noch 15 Minuten. Aber wir brauchen nur noch drei. Es geht ja immer langsamer. Ich komme jetzt nicht mehr hier hoch. Was? Wir schieben rückwärts. Ja. Ja. Fleisch. Flerch. So. Die Dinger backen aber auch wie die Sau. Oh Gott, das war der Hammer, ne? Ja, das war richtig der Hammer. Das war absolut. Oh, nein. Das ist ja schade. Oh Gott, sterbe ich, wenn ich da jetzt aufklatsche. Oh, ich habe vergessen. Ach man, ich rede das mit diesem Werfenchen. Haha. Ich gehe weg. Wee. Kommt hier jemand mit mir rüber? Nein. Ach so, was ist denn euch passiert da? Nicht. So oft zum Werfen. Ja. Oh. Nein. Warum wirfst du nicht? Ich richte, warte mal. Und nochmal. Warte mal, ich kläre. Ich richte mal die Lage. Hä? Okay. Mega fabiert. Du was machst? So. Okay. Tja, wenn jetzt noch. Nein, jetzt hat mich der Hammer erwischt. Warte. Luca komm, dann. Warte, warte, warte. So. Okay. Wirf doch. Warum wirf der denn nicht? Was macht ihr? Ja, doch, sprech. Nee, ich habe das vorhin, dass ich auf so eine Maustaste gelegt habe. Okay, das reicht, das reicht. Ich verstehe. Da hätte es sein können, du brauchst nur ein bisschen was, irgendwie, in die Tasche oder so. Ja, ich habe noch ein bisschen Hunger. Hm. So ein bisschen Snackwürfelchen. Kennst du diese Käsewürfel? Die sind... Ja. Ja, die erinnert mich. Ja, genau. Hä, warum wirf der denn nicht? Das ist, glaube ich, der schlechteste Käse aller Zeiten. Oh. Das hat auch mit Käse nichts zu tun. Das ist einfach nur irgendwie getrocknetes Bett oder so. Getrocknetes Bett? Warum muss ich die Fett? Fett aus. Das hat sich ja... Getrocknetes Oma-Bett. Ah, okay. Ich glaube, Space nicht gedrückt halten. Wie? Space nicht gedrückt halten? Dann wirf der nicht. Im Flug. Seinen Kopf. Ach so, okay. Ich habe Space gedrückt. Jetzt komme ich, jetzt komme ich. Denke ich. Denkst du? Ja, ich habe es kapiert. Okay, doch nicht. Jetzt, wo er es kapiert hat, wird es doch nichts. Jetzt war es nicht weit genug. Ich brauche noch. Aber es wird noch gut. Wird noch gut. So. Ich gehe mal hier lang. Irgendjemand müsste noch da auf die andere Seite und das Ding alles... Ich habe es jetzt einmal hoch gemacht. Ja, das versuche ich hier. Oh Gott. Na. Nein. Nein. Okay, ich bin echt inkompetent gerade. Na, das wissen wir doch. Was? Okay, als Kopf ist es gar nicht möglich. Ist Shani noch da? Ja, ich versuch's. Ja. Ich bin schon ein ganzes Level weiter. Ein ganzes halbes Level weiter. Ein ganzes Level. Mach so ein leider. Ein ganzes halbes Level ist schon wieder weiter. Eben. Okay. So, jetzt starten wir durch. Jetzt gehe ich in einer Sekunde da durch. Weil alles schon offen ist. Oh Gott, warte, ich komme mal hierher. Das kann doch eine Weile dauern bei Ihnen. Ah, guck, Vincent eingeholt. Na, das ist ja keine große Leidung. Sani, was machst du da? Ey. Ich glaube, wir müssen unseren Kopf hier lang werfen. Ja, müssen wir auch. Ey, Vincent. Ah, was geht ab? Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? In den Checkpoint. Okay. Nein. Ja, ich lebe noch. Es ist wieder so verbuggt, die Plattform. Ich lebe noch mal. Es kann gut sein. Ah, nee, okay. Kommst du, ich brauche einen Körper. Wir müssen einen Kopf werfen. Oh Gott. Oh, scheiße. Das klappt gut, oder? Shit. Wie soll das denn gehen? Okay, dann noch mal. Nein, ich brenne. Okay. Scheiße. Oh Gott. Oh je. Okay. Hütchen, flieg. Ja. Und wann? Ups, was war das denn? Das war das selten. Das war, das war mein Freund. Der hat außerdem was runtergeworfen. Ach so. PC umgekippt? Nee, zum Glück nicht ganz. Fuck. Nein, ich brenne. Ich brenne. Nein. Oh Gott. Oh. Nein. Scheiße, wie soll das denn gehen? Okay. Ah. Okay. Hä? Wie dick ist denn sein Hammer? Scheiße. Was machst du denn, Sonny? Ich weiß es doch nicht. Sein Hammer ist zu dick. Oh, Luca. Ah, ficken. Oh, nee. Ja, genau darum geht's. Oh. Wie soll das gehen, ey? Okay, jetzt kommt mein Kopf. Okay. Ja, brennt alles, Mann. Ja, das ist ein bisschen doof. Da hinten. Okay. Ah, da. Wie hast du das da hingeschafft, Sonny? Nein, ich hasse mein Leben. Nein. Erst mal abwarten, bis irgendwie alles abgebrannt ist. Nein. Aua. Oh Gott, wer kommt denn da angeflogen? Okay. Ich. Ach, komm. Oh, shit. Ich bin hier so irgendwie so dazwischen und weiß nicht, wann ich losrennen soll. Ich hab alle Gliedmaus. Ja. Jetzt nur noch ein Hühnchen nehmen und wo soll man hinfliegen? Ach, da. Okay. Ein Hammer, Hammer, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Oh Gott, wie mies ist das denn, ey? Wow. Okay. Warum brennt ihr alles? Warum nehmt ihr das Hühnchen nicht? Weil's, wann hat ich doof findet? Irgendwie sowas wird es sein, ja. Und jetzt musst du aufpassen, dass es nicht zerplatzt, wenn du springst, ne? Okay. Ach, scheiße. Ja, also ich muss ja jetzt auf euch warten, ey. Oh, fuck, jetzt brennig. Hier schon wieder. Nimm die Kackhuhn. Oh, die Kackhuhn. Nimm die Kackhuhn. Ey. Das klingt so ein bisschen japanisch irgendwie. Nein. Ah, konnitziwa. Nimm die Kackhuhn. Ich will nicht mehr. Was machen die Dinger eigentlich? Oh. Ähm. Der Dreihämmer. Warum? Jetzt muss ich aber ja nur warten, bis die eine Leiche weg ist, ne? Oh Gott. Oh. Wie lange dauert das denn? Werden die immer noch? Ja, da liegt irgendwie... Oh. Da liegen so anderthalb Leichen rum. Ja, toll. Okay. Ich bin einfach zu dumm, um dieses Hut zu nehmen. Oh, Vincent. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Plötzlich schlägt er da neben mir auf. Komm schon, komm schon. Nein, das gibt's doch nicht. Mann. Shit. Kackdreck, ey. So weit komm ich doch nicht. Komm ich so weit? Oh Gott, oh Gott, scheiße. Oh, scheiße. Ich hasse dieses Level. Oh, ficken ey. Er hat mich wieder zum Anfang geprügelt. Nein, echt? Ja, aber ich kann was... Aber das spawnst du jetzt... Okay, gut. Glück gehabt. Aber... Was? Warum? Oh, scheiße. Das hat so schön geklappt alles. Jetzt aber. Oh. Ja. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Was ist eigentlich hier mit diesen Plattformen? Welche Plattformen? Ja, hier, diese Dinger. Die man so drücken kann. Ach so, keine Ahnung. Oh. Ich bin auch ohne weitergekommen. So. Hm. Oh, sehr schön hier mit den drei. Drei. Los, Vincent. Ich glaub, das war... Was bist du? Hier, hier, hier. Scheiße. Oh Gott, bist du weit oben. Ah ja, sehr gut. Hä? Dann kannst du nicht mehr sterben. So. Okay, aktiviert. Abwehrkräfte. Okay, dann komm mal her, Vincent. Und... Hilf mir mal ein... Ich hab das Face gedrückt. Glaube ich dir nicht. Doch, wirklich. Yeah. Oh nein. Ne, Knöppel drücken. Dann kann ich die Tür da aufmachen. Äh, ach so. Oh fuck. Was ist denn das denn? Das ist ein kackesneller Hammer, ey. Und das eine muss wieder runter. Danke. Okay. Okay. Ähm... Ähm... Ja. Kann ich den Körper oder reicht ein Kopf? Hm. Probier's mal mit dem Kopf. Ansonsten... Oh Gott. Also machen wir den Spaß noch mal. Ich komm hier einfach noch hin. Ach, wer ist geschafft, Vincent. Geht auf, yes. Ja, kaum Druck hier mit dem... Ja, ein Männer-Team hier hat's wieder gemacht. Oh Gott, wo soll man denn da hinspringen? Scheiße. Auf uns kann man wetten, ne? Weil ihr es einmal als erstes geschafft habt. Wie süß. Wo seid ihr denn eigentlich? Wo seid ihr eigentlich? Ich bin so... Oh, die hängt ja immer noch bei den anderen festen. Oh, diese Kack-Doppelhammer, ey. Ey, die sind so mies. Gucken wir euch mal zwischen. Ja. Lieber nie. Na, ihr seid so weit weg. Aber in welchen kann man zugucken? Nein, was soll denn das? Ich bin doch da gestanden sicher. Oh Gott. Ich hasse alles. Und wenn's hier jetzt nicht brennen würde, ey. Ach, du bist noch beim Huhn, oder was? Ja. Bist du noch beim Huhn, was? Ja. Du kannst das hintere Huhn nehmen, dann kurz zurücklaufen und dann mit viel Ansprung springen. Wenn ich in der Klinge laufe? Ich glaube, ja. Scheiße. Ja, alles gut. Du kannst es ja mal in live ausprobieren, dann wirst du es merken. Ah, 1.000 Abos so vor allem. Der springt nicht, der Hurensohn. Also kein Druck, ihr habt noch drei Minuten. Ja. Ja, kaum Druck. Also ist vollkommen machbar. Oh, der nimmt das dumme Honig. Ich hab doch eh gedrückt. Ich hab doch eh gedrückt. Hab ich ja auch. Aber jetzt brenne ich schon wieder. Ich dehne es dann eben das Spiel. Wo soll man denn da hinspringen? Auf den Ventilator. Ah, okay. Und dann? Komm ich dann zu dem Checkpoint. Da ist ein Checkpoint. Genau. Unter dir. Ja, ja. Ich will nur erstmal hier nicht in den Ventilator kommen. Der springt nicht ab. Ich nehme das Huhn und der springt einfach nicht ab. Ja, wie soll ich denn jetzt? Bei den Doppelklingen dort vorne. Bei den Doppelsägen musst du drauf springen. Genau. Das ist der Weg drauf. Oh, ich hab's. Oh, mein Gott. Oh Gott. Du hast nur zwei Minuten durchzukommen. Schaffst du. Wie soll man denn hier rüberkommen? Einfach laufen. Über die Ecke halt springen. Ja. Ja. Schaut doch gut aus. Okay. Oh Gott. Was für ein Scheiß-Level. Ja, wo muss ich denn hin? Ähm, an den Hämmern vorbei, durch die Klinge durch. Ich bin hier beim Ventilator schon. Achso, ähm, da ist der Checkpoint unter dir. Oh ja, Tatsache. Na, wie soll ich denn da hinkommen? Lass sie einfach fallen. Oh Gott, das tut mir leid. Ja, und jetzt? Ähm, bei den Doppelklingen drauf. Okay. Okay, ich verstecke mich mal hier. Ich verstecke mich mal hier. Welchen? Oh, ich komm mir da einfach nicht drauf. Du hast ja einen Todfeind gemacht. Das macht auch keinen Unterschied mehr bei den paar Maps, die wir noch haben. Was war das denn jetzt? Alter, du hast mich runtergeworfen. Ich habe nichts getan, Alter. Ihr müsst nicht auf den Ventilator. Ja, ja. Man kommt hier Luca durch, ne? Luca, du hast dir einen Todfeind gemacht, ne? Und jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Äh, um die Ecke springen zu dem anderen, äh, zu der anderen Säcke. Genau. Super, super, super. Jawohl. Iiii, mein abgeschnittenes Bein sieht voll eklig aus. Iiii. Oh, zeig mal her. Okay. Wow, ich bin auch da. Uh, geschafft. Oh, leck mich am Arsch. Was für eine Hure in so ein Map. Welcher Idiot, welcher Idiot hat dir die sein? Alter, 45 grüßt. Oh Gott. Ich habe nur 22. Ich habe nur 21 noch einigermaßen kühl, ne? Also. Oh Gott. So. Was gibt es denn hier als nächstes? Ja. Pfannen. Pfannen. I biebens, der Pfannen. Oh nein. Du tötet alle, die das sagen. I biebens, i biebens. Dann musst du die Spiele... Vincent kriegt sie nicht mehr ein. Ist das scheiße. Oh Gott. Ich habe Vincent noch nie so lachen hören, ey. Jetzt kennst du seinen Humor. Ja. Na toll. Oh Gott. Können wir rein starten, oder? Ja, würde ich auch sagen, ey, mit so einem ekligen... I biebens, der Pfannen. Oh nein. Kannst du machen. Kannst du nichts sagen? Kannst du nichts sagen? Schnell verboten. Oh nein, was ist das für eine Map hier? Ich komme ja gar nicht los hier. Oh Gott, ich... Wollen wir das mal lassen, bitte? Ich bleib mal hier liegen. Ey, du... Ich habe ein Leben verloren, also bitte. Oh Gott. Ja, schön. Ich habe dich aber nicht runtergeboxt. Das weiß ich nicht. Oh, wie soll das denn gehen? Das muss die Videoanalyse ergeben. Die Videoanalyse. Oh, oh. Oh Gott, was sind denn das für ein Messer hier? Oh, wow, geht ja gut los. Oh, ich hasse doch dieses Spiel. Shit, jetzt bin ich nur noch halb so klein. Nein, Alter. Nein, was ist das? Scheiße. Oh. Lauf. Ah, du bist im Weg. Ja, dann geh mal hier vorbei, ne? Achso, nee, du bist Vincent. Ups. Äh, wo muss ich denn hin überhaupt? Da hoch. Okay. Okay. No! Nein! Oh, fuck. Oh, ist das gemein. Gibt es hier keinen Checkpoint irgendwo? Ja, doch, den gibt es. Aber es ist fast unmöglich, dorthin zu kommen. Ah, okay. Gut zu wissen. Das motiviert. Eigentlich ist es ja voll gut, wenn ihr euch die Beine abtrennt, ne? Ja. Ja. Ja, ich fliege erst mal acht Kilometer weg, ist klar. Nein, was war das? Oh Gott, ich habe jetzt noch ein paar noch Leben. Was? Ich habe noch 5,23. Was machst du? Ich habe noch 14. Was? Nein, ich bin so am Steckfeld explodiert. Explodiert? Warum? Gestern ist meine Freundin explodiert. Oh, es hat ihn angenommen. Es hat ihn angenommen. Es hat ihn angenommen. Und darum bin ich irritiert. Man kann sagen, ich bin ziemlich irritiert. Gesternacht bist du meine Freundin explodiert. Alles klar. Wie kannst du das singen, während du dich konzentrieren musst hier? Eben, das freut mich auch gerade. Er konzentriert sich nicht. Ach komm, ich habe Space gedrückt. Und dann kommt aus diesem Scheiß-Checkpoint nicht drauf. Das ist zum Kotzen, ey. Ah, ihr solltet auch wieder da. Doch, 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 doch. Mich hat es angenommen. Ich bin auch davor explodiert. Ach, ich bin so schwächt. Das wird nichts. Nein, ich könnte kotzen. Oh, scheiße. I-Bims, da fang? Ja, super fang, ne? Ach komm. Boah, gib mir die Map gerade auf den Sack. Die ist richtig asozial, ne? Ja. Aber die ist richtig eklehaft. Ja. Und dann rutscht man noch so ganz langsam runter und kann sich nicht mal mehr hochbacken. Ja. Oh. Boah. Nein, lass mir meine Beine. Hey, ach komm, die klingen überschneiden, sehe ich wie asozial. Ja. Ah, ich will nicht sterben. Nein, oh Gott, jetzt bin ich hier rüber geflogen. Shit, ey. Boah. Scheiße. Ja, und ich verarsch' ich noch mal fast beim Checkpoint. So kurz. Boah. Ja, genau. Rutscht doch gerade noch runter, du fucking kack. Möchen? Keine Schimpfwörter hier, bitte. Oh, Checkpoint, Checkpoint, ja? Neu. Ja. Ich hab noch acht Leben. Und ich hab so wieder einen verloren. Nein. Okay, ich hab noch sieben Leben. Oh, Hämmer. Ach komm, fickt euch. Wo ist denn das Ziel? Oh nein. Ich glaube übrigens, der Patorra Tower wird nicht besser, ne? Also. Sechs Leben. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Oh Gott. Ja, okay, dann bin ich jetzt halt nur noch halb, ne? Ich weiß nicht mal, wo ich her soll. Nein, warum? Oh, wer hat denn diesen Scheiß designt? Nein, und das hat mich nicht angenommen. Oh Gott, es leckt man bitte nicht. Ja, bei mir gerade auch übel. Nein, ich hab doch Space gedrückt. Das haben wir alle. Ja, das ist irgendwie... Oh Gott, Hammer, nein. Oh ja, oh nein. Ohren-Scheiße. Komm hier einfach, Nero. Nein, Hammer, geh weg. Du kleine Wiese. Oh, du Horensohn, Tom. Genau das wollte ich sagen. Aber ich bin ja kinderfreundlich. Bei mir können sie auch die Worte aus dem Mund... Bei mir können sie ihre Kinder unter 10 auch zuschauen lassen. Wahrscheinlich nicht. Nein! Wer hier, du fällst rund... Komm, ich hab noch fünf Leben. Als ob ich Zuschauer unter 10 will. Bei der heutigen... Ben und Ed ist, glaube ich, erst ab 17, ne? Alter, ich flieg doch immer runter. Ich hasse doch alles, Mann. Ey, ich komm noch nicht... Ach, deine Mutter kann nicht springen. Ich auch nicht. Ich bin hier immer noch bei diesen Kack-Gehirnen. Mit der Kack-Klingel. Ich hab nur noch 16. Alter, wie wenig sterbt ihr denn? Ich hab noch acht. Okay, mit dem muss ich jetzt ja Spaß haben. Ach so, warst du vorher verschwenderisch mit deinem Leben? Ja, hab ich einfach mal fünf hintereinander aus. Nein! Und einfach, weil ich's kann. Hä, aber ich weiß gar nicht, wo ich hier irgendwo sicher bin. Nein, es leckt! Nein! Nein, 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 nein! Du hörst... Nein! Es leckt! Ja, stand durch. Ich war grad so weit! Nein! Dieser Scheiß-Checkpoint. Was ist das denn? Ich glaube, da muss man... Oh, jetzt bist du gerade... Oh, ich war gerade schon so weit. Das gibt es nicht. Okay, drei Leben rechnen. Warum springst du denn wie so eine Oma von 180? Was? Was ist denn eine Oma von 180? Oh, fuck, jetzt bin ich schon wieder... Ey, Gott! Oh, Gott! Nein! Gerade, wo ich mutig wurde. Okay, das war's. Nein, jetzt kann ich nix sehen. Scheiße! Ich bin wahrscheinlich zweitletzte. So eine Rune-Kacke. Ich will das Ziel erreichen. Guck mal, welche noch ein bisschen zu... Ja, es ist deprimierend. Das ist wirklich deprimierend. Ich bin nicht mal beim ersten Kack-Checkpoint. Nein! Du schaffst das. Okay. Checkpoint! Okay, wir haben nur noch drei Levels, aber die spielen wir jetzt über 15 Folgen. Nein, jetzt hab ich hier doch schon wieder... Was soll denn das? Oh, Leute! Hier muss ich doch meinen Kack-Kopf werfen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut findet ihr Trampoline? Ficken? Was war das denn? Scheiße. Tja. Konnte man gerade sehen. Das war gar nicht das Ziel! Das war nicht das Ziel! Ich hab mich so gefreut! Ich war gerade so im Kopf am Nachdenken, wie ich mich jetzt so am Loop reichen. Ich wollte Shift drücken, hab aber aus Versehen Steuerung gedrückt. Haha, denkst du, ich seh da einen dicken Knopf, nicht? Hm. War's das jetzt auch bei dir? Nee, ein Leben hab ich jetzt noch, das letzte. Fahr den Nippel raus. Oh Gott, noch einen Nippel, okay. Ha. Ich hab eigentlich... Oh Gott, zu viele Nippel auf einmal. Nippel? Nein, Nippel! Was? Oh. Egal, ja. Ist das deprimierend? Ja. Das ist einfach nur so... Möchen! Du machst Gott. Ja, sorry. Oh Gott, so viele Trampoline. Oh Gott, das ist... Boom! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, ich will nicht mehr! Kommt das bei dir an, Sunny? Was? Oh, kommt nicht bei dir an. Alles klar. Jetzt nichts werfen, das ist echt mies. Ja. Oh Gott! Oh Gott, so viel! Du hast alles vollgeblutet, Mädchen! Nur das erste Trampolin. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Fuck, und das ist ja... Ach nee, das ist... Ich dachte gerade, das wäre Koop. Aber ist es ja gar nicht. Ich habe es verdammt nochmal geschafft. Das glaube ich nicht. Oh Gott. Jetzt kann ich beruhigt sterben. Jetzt kann ich drei Kreuze im Kalender machen. Oh. Gott, das will... Langsam und mit Verstand. Du hast nur noch anderthalb Minuten, gell? Halt's Maul! Ey, ey, ey! Ihr asozialen Säcke! Sunny, das bist hundertprozentig du! Wie gemein kann man sein? Sunny! Oh, wenn jetzt aus den Stuhl kommen würde, wenn dann in den Stuhl käme! Das war's, Sunny! Können die Stühle dich hier eigentlich auch weg... Ich glaube nicht. Doch, die können dich aus der Luft auch weg-tacklen. Oh, wäre das gut! Sunny, ich warne dich. Sunny. Ins Ziel geflatscht. Löffelchen-Team! Löffelchen! Oh Gott! Oh, war das gut, ey! Oh, wir waren die letzten zwei Leben! Doch sehr nah beieinander. Oh, wie gut! Das ist mein Herz! Alter, Löffelchen, fühl dich gehigh-fived! Ja, Löffelchen! Hä, ich kann kein... Mh, warum kann ich kein... Ich wollte doch... Hä? Bin ich irgendwie doof? Also ich finde, wir sollten das beim nächsten Mal irgendwie noch... Doch bitte nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich wieder. Ich würde es auch gerne nochmal ausprobieren im nächsten. Am besten mit irgendwie so 30 Leben oder 40. Nee, das gibt's noch. Nee, das gibt's noch. Oder unendlich? Das gibt's noch nicht. Ja gut, Luca und ich müssen das ja nicht machen. Ich meine, wir haben's ja schon geschafft, ne? Wir haben's ja schon hingekriegt, wir sind die übelsten Pro-Gamer, ne? Also wir gucken euch nichts mal zu. Ja, genau. Und werfenstühle? Genau. Ja, ihr wisst das. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut. Und wir sind in einer neuen Folge wieder von Ben & Ed, Buttplug Party. Halt die Klappe, wenn ich abmoderiere, Mensch. Nein. Schaut bei mir vorbei. Nein, schaut nicht bei ihm vorbei. Schaut bei mir vorbei. Nein, lasst einen Stuhl da. Dann kriegt ihr auch die richtige Abmoderation. Lasst einen Stuhl da. Ja, lasst den Stuhl da, genau. Lasst den Stuhl da. Lasst euren Stuhl da. Ja. Okay, fass gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. Adios. Tschüss. Tschüss!